So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und ich bin ein bisschen verwirrt. Es ist der 7.8. und jetzt habe ich geguckt, Neuigkeiten. Also ich habe eigentlich gerade mit der Mama The Dry geguckt, mit Eric Benner. Wer den Film The Dry kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt ist sie gerade in der Küche. Ich nutze die Chance und will kurz mal hier reingucken, was es für Neuigkeiten gibt. Und jetzt steht Neuigkeiten, 7. August, Community Day, Galer Zickzacks und Käferkrabbel Event, 7. August. Das ist heute. Diese zwei Artikel sind von heute, aber diese zwei Artikel gab es auch schon die ganze Zeit. Aber es gibt eine wichtige Änderung und zwar der Hyperbonus. Dadurch, dass am Wochenende natürlich das GoFest in Sapporo war und diese, ich glaube da ging es um Feldforschungen, Die 10 Trilliarden Feldforschungen gemeinsam als Community geschafft wurden, ist natürlich auch für dieses Event, für diese Käferkrabbelei ein Hyperbonus freigeschalten. Und was das ist, möchte ich euch jetzt zeigen. Und gleichzeitig gibt es auch einen Hyperbonus für den Community Day. Die Käferkrabbelei, also das Käferkrabbelei Event startet ja am Mittwoch. Der Community Day ist am Samstag. Ganz kurz mal, damit ihr seht, am Samstag zum Community Day, was noch zusätzlich zu den eigentlichen Boni kommt. Und was mir jetzt erstmal auffällt, dass dieses Zickzacks sich bewegt. Ist das auch neu? Also die Seite wird immer besser. Ich freue mich so, wenn ich das sehe, wie schön detailliert das hier gezeigt ist. Samstag Community Day nicht vergessen. Gönnt euch das Teil. Ist gut für GBL. Ist ein super cooles Shiny. Ist ein kleines, süßes, flauschiges, rotäugiges. Sieht aus wie ein Stinktier. Finde ich übelst genial. Haben wir alles schon mal in dem Video behandelt, deswegen skippe ich mal kurz runter. Aber neben diesen ganzen Eventboni, die ihr hier seht, vor allem dreifacher Fangstaub, eskaliert, Sternstück reichen, Staub machen, neben diesen ganzen Boni, die da oben stehen, gibt es jetzt auch Hyperbonus zum Community Day. Doppelte Fang-IP waren erst nicht dabei, sind jetzt dabei. Ihr kriegt auch doppelte IP fürs Fangen. Die sind von 11 bis 19 Uhr aktiv. Während des Events sind zwei zusätzliche Spezialtausche möglich. Dieser Bonus wird zum zusätzlichen Spezialtausch in der Go-Jahreszeit addiert, sodass ihr an diesem Tag insgesamt vier Spezialtausche durchführen könnt. Es gibt außerdem doppelte Verschick-Bonbons und das Tauschen kostet 75% weniger Sternenstaub. Als wären diese ganzen Boni hier oben also noch nicht genug, was eigentlich richtig brutal ist und richtig heftig. Habt ihr das noch dazu, das, das, das. Ihr habt jetzt auch jeden Tag immer zwei Spezialtauschs. Am Samstag, am Community Day, könnt ihr viermal Spezialtausch machen. Ich habe einiges nachzuholen, jetzt wo mein Account wieder da ist, muss ich mir etliche Sachen rübertauschen, noch von den Kleinen oder von Pupsi, die für mich mitgesammelt hat. Da kommen mir diese vier Spezialtauschs auf jeden Fall recht. Gleichzeitig, das könnt ihr alles einfach nochmal nachlesen in dieser Pokémon-Go-Live.com-Seite, das gucke ich mir sehr gerne an, haben wir am Mittwoch ja die Käferkrabbelei, also das Käferkrabbelei-Event. Ab Mittwoch auch Mega-Sherox in den Raids, ab Mittwoch auch Genesect in den Raids. Pokémon-Debüts, haben wir auch alles schon mal ein ganzes Video drüber gemacht, was uns beim Käferkrabbelei-Event erwartet. Mega-Sherox-Raids für Zuschauer werden wir am Donnerstag ab 18 Uhr machen. Also wer da Bock hat, einfach Hilfe braucht irgendwas, angeblich kann man den auch gut solo bezwingen. Probiert es halt aus, wenn ihr möchtet. Wer Hilfe braucht, ist am Donnerstag dabei, ab 18 Uhr, Mega-Sherox-Raids für Zuschauer, Event-Boni im Hyper-Bonus. Was dazu gekommen ist, dadurch, dass wir ja diese Feldforschungen alle gemeistert haben für Sapporo, Hyper-Bonus-Event-Boni, ihr erhaltet zusätzliche Bon-Boms, wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt. Zusätzliche Bon-Boms. Gleichzeitig hat man ja diese doppelten Erfahrungspunkte, wenn man mit gut, großartig oder fabelhaft fangt. Und für Trainer ab Level 31 besteht eine erhöhte Chance, XL zu erhalten, wenn ein Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf gefangen wird. Also das Beste, was ihr machen könnt, ist einfach fabelhaft werfen, damit ihr einfach die meisten Bon-Boms kriegt, die meisten XL-Bon-Boms und die meisten Erfahrungspunkte. Großartige Würfe waren noch nie so stark, noch nie so brutal, noch nie so genial. Das Ganze kombiniert sich noch mit dem Community-Day wahrscheinlich alles. Also rastet da komplett aus, nehmt da alles mit. Gleichzeitig ist das letzte Icognito natürlich da, haben wir auch schon beredet, das waren ja die vier Buchstaben F, E, S, T. Das ist das letzte Event, da kommt das T, auch als Shiny natürlich verfügbar, aber halt in Raids. Ich würde euch nicht empfehlen, das zu raiden. Ihr seht ja, es gibt so viele Feste immer mal, wo das drin vorkommt auch und wo das immer wieder recycelt wird. Ich glaube, kaum ein anderer Buchstabe war so oft da wie Icognito T. Damals ja auch beim Ultra-Bonus war das T auch in den Raids. Jetzt ist es in den Raids. Es gab es in Sapporo, es gab es in Seattle, es gab es in Berlin, das T, wild überall. Macht lieber mal eine Safari-Zone mit oder macht lieber mal ein Go-Fest direkt mit. Dann kriegt ihr die Buchstaben, glaube ich, besser, als wenn ihr versucht, euch tot zu raiden. Und, was ich auch richtig stark finde, wer nicht in Sapporo war und dachte, er hat das verpasst, dass das Veggie-Muggets als Shiny eingeführt wird, auch hier wieder in der Käfer-Krabbelei zu Beginn des Events Veggie-Mug. Weltweit ist ja eigentlich ein regionales, diesmal auch wieder weltweit während des ganzen Events und kann natürlich Shiny sein weltweit. Also wenn ihr nicht in Sapporo wart, habt ihr nichts verpasst. Ihr könnt es jetzt während der Käfer-Krabbelei auch bekommen. Aus Raids, aber auch wild. Deswegen hat sich hier das ein bisschen... Gut, das gehört auch noch dazu. Ich würde sagen, deswegen hat sich das hier ein bisschen geändert. Die einer Raids waren ja eigentlich nur Paras, Tansa und Whatzapf. Jetzt ist es natürlich auch noch Icognito und Veggie-Mug. Ich würde Veggie-Mug aber trotzdem ganz normal in der Wildnis versuchen zu bekommen. Genesec-Raids sind auch schon angekündigt für Sonntag, weil Samstag ist ja der Community Day. Also Sonntag Genesec-Raids. Wer da Hilfe braucht und das wird wahrscheinlich auch das einzige Mal sein, dass wir Genesec-Raids für Zuschauer machen. Nur am Sonntag, da kommen ja legendäre Raids. Das ist ein mysteriöses trotzdem. Mega-Raids, Mega-Sherox-Donnerstag. Merkt euch das. Das ist wirklich das nicht, dass einer sagt, wir wussten nicht wo. Das ist auch alles schon angekündigt auf dem Kanal. Einfach mal auf den Kanal gucken, da seht ihr das alles. Und auch hier sieht man, das Bild bewegt sich. Eine bewegte Animation. Eigentlich richtig genial. Sieht zwar komisch aus, aber richtig genial gleichzeitig. Und hier nochmal Hyper-Bonus befristete Forschung. Während des Events läuft eine befristete Forschung, bei der ihr viele Käfer-Pokémon fangen müsst. Für den Abschluss der Forschung winken Items Mega-Energie für Sherox und Pokémon-Begegnungen. Ihr müsstet also wahrscheinlich noch nicht mal eine Mega-Raid machen, um ein Sherox zu Mega-Sherox zu entwickeln. Vielleicht reicht die Energie, die ihr aus dieser befristeten Forschung bekommt. Ihr müsst also keinen Pass dafür verschwenden. Und es ist immer noch komischerweise so, früher hat man ein Mega-Raid gemacht und hat 200 Energie gebraucht. Hat aber nur 70 oder so bekommen. Oder höchstens 90. Man musste also 2 bis 3 Raids machen, damit man das überhaupt mal Mega entwickeln kann. Jetzt, wie die ganze Zeit gesehen, ihr macht einen einzigen Mega-Raid und bekommt schon 220 Energie für einen Mega-Raid. Sodass ihr nach einem einzigen Mega-Raid das Pokémon schon Mega entwickeln könnt. Und dann alle paar Tage kostenlos. Das heißt, eigentlich muss niemand extrem viel Mega-Energie bunkern momentan. Und jetzt kriegt ihr die auch noch hier. Kann man auch mal dann sagen, Niantic, dass die einen das jetzt alles so ermöglichen. Wenn man nicht zum Raiden gezwungen ist und wenn man raidet, dann nicht 1000 Raids machen muss. Einer vielleicht reicht. Man sich dann den Pokédex-Eintrag holt. Genesect wird eh nicht so interessant sein. Aber Vega-Sherox reicht eigentlich auch eins. Außer die Leute wollen natürlich das Shiny jagen. Aber eigentlich kriegt man das bei Sichler. Sichler ist ja eh geboostet. Aber das wird viel zu kompliziert. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall auf das Event. Mein Account ist wieder da. Ich freue mich auf das Event. Ich habe viele Sachen noch, die ich aufholen muss. Viele Sachen. Und das werdet ihr sehen. Das war es von meiner Seite aus. Freut ihr euch auf das Event? Freut ihr euch auf den Z-Day? Was sagt ihr zu den Hyperboni? Lohnt sich das? Ist das nochmal eine schöne Auffrischung? Oder ist das Event euch komplett egal? Davor und jetzt auch. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Bis dahin.